Okay, wie erkläre ich das jetzt am besten? Hört gut zu, denn es wird etwas kompliziert. Die Szene, die ihr jetzt gerade seht, also den Anfang, nehme ich als letztes auf. Ich habe bereits eine Menge Level aufgenommen. Ihr werdet allerdings nur das letzte davon sehen. Und der Grund dafür ist, dass es mich so sehr auf die Palme gebracht hat, dass ich daraus eine Spezialfolge mache. Alle Level, die ich davor gemacht habe, werden in die Folge in einer Woche gepackt. Das heißt, das nächste Video spielt eigentlich vor diesem hier, wenn man so möchte. Wenn das jetzt verständlich war, einigermaßen. Und ich würde sagen, ich möchte jetzt keine weiteren Vorreden machen, großartig. Lasst das Chaos beginnen. Rooms, ein kreativer Name. Wow, ein buntes Level. Ein buntes Level. Oh je. Wow, was ist das hier? Okay, ich muss irgendwie an den Staffeln vor. Ach du Scheiße. Ja, das wird doch nichts. Jetzt hat mich doch leichter. Ich komme kaum noch vorwärts. The Flying Room. Was sind das denn für? Oh, der Wrecking Ball Room. Ich verstecke mich, ich verstecke mich. Oh Mann. Noch mehr Rumor, this part may be hard. Okay, man sieht mich nicht mehr. Jetzt sieht man mich wieder. Wieso sollte der schwer... Hä? Das ist der einfachste Raum und der sagt, das ist schwer. Ja, die schaut aber auch. Von der Klappe noch zerstört. So, ey, jetzt ging es aber relativ easy bis hierhin. Sehr gut. Äh... Was hat mein Kopf da gerade gemacht? Habt ihr gerade meinen Kopf gesehen? Das war gruselig. Okay, wie kriege ich das jetzt besser hin hier? So, kriegen wir das besser hin? Oh, nicht Harpunen. Nicht Harpunen. Oh, Alter, das ist doch nicht normal hier. Ja, ich finde es toll, wie man... Aber, was ist das? es ist nicht nur zwei Räume und dann haupt mich die Abrissbündung noch über dem einen Raum da weg, ne? Der Raum ist übrigens wirklich scheiße, ich gehe mit dem Unsichtspan, muss ich tatsächlich dann mittlerweile sagen, weil man hier nie sieht, was man machen kann. So, weiter geht's hier. Dann drücken wir mal ein paar. »Ü-Ü-Ü-Üh!« »Ü-Ü-Ü-Üh!« »Ü-Ü-ÜH« »Ü-Ü-Ü-ÜH!« »Ü-Üh—ve« » leatherppt hat er immer richtig gegeben. Jetzt sind die Abrissblodung Übrigens find's schön, wie mein Hintern schon in meinem Körper drin steckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es geht nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht, es geht nicht. Du stirbst jedes verfickte Mann an diesem heißen Ton. Bitte, bitte jetzt umziehen, bitte jetzt umziehen, bitte jetzt umziehen, das kann nicht es geht nicht, es geht nicht, es hott nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.